So, liebe Freunde, heute Abend für euch mit dabei die Merck. Herzlich Formation! Disco Dallas Dirty Dancing. Die ultimative 80er-Jahre-Partie des O.C.V. Es erwartet euch ein bunter Mix aus den damals beliebtesten Fernsehserien, den damals beliebtesten Popsongs und Popstars, den damals beliebtesten Kinofilmen und den damals beliebtesten Herren von... Äh, ist nicht. Ist okay, mal entgegen. Mit letzteren fangen wir aber trotzdem an. Herr Kapellmeister, einen Einmarsch für unseren Elferort. Ja, ich bin. Der Elferrat des OCV, zahlmäßig ausnahmsweise mal korrekt hier erschienen. Es ist, liebe Leute, es ist wirklich fast unglaublich, aber in den 80ern standen einige schon da unten, waren in den 80ern schon relativ reif, manche standen in den 70ern, 60ern, 50ern und 40ern sogar schon da, aber die meisten von diesen Herren können sich an die 80er besonders gut erinnern, da haben sie ihren Rentenbescheid gekriegt. Aber, liebe Freunde, einen Trost haben wir natürlich von Jahr zu Jahr wechselnd, auch in Österreich, unsere närrische Regentschaft. Es ist an der Zeit, sie nun hereinzubitten und natürlich auch, so wir haben, ich bin da ein wenig desinformiert, die Prinzenpaare, die aktierenden Prinzenpaare von unserem Gastverein, Herr Kapellmeister, einen Einmarsch für unsere Prinzenpaare. Applaus 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 Wir haben beschlossen, sie wird sich selber vorstellen, liebe Freunde, in Neu-Würschnitz regiert ihre unendliche Lieblichkeit Prinzessin, die Ega. Und natürlich gibt es in Neu-Würschnitz auch einen Prinz mit einem sehr angenehmen Namen, für Rotoratorin zumindest, ich finde, es ist ein klasse Name, in Neu-Würschnitz regiert seine absolute Tollität, Prinz Bude! So, ich werde mich jetzt mal hier rüber geschmeidigen, ihr kommt woher? Aus Hermsdorf und ihr habt natürlich auch Namen vermutlich. Wir warten uns ganz kurz in Hermsdorf, liebe Freunde, regiert ihre unendliche Lieblichkeit Prinzessin, die Ega. Und natürlich gibt es auch einen Prinzen in Hermsdorf und es handelt sich hierbei um seine absolute Tollität, Prinz! So, der erste Höhepunkt des heutigen Abends steht an, also Beatrice Weick, halbheige Disziplin, Ega und Uwe. Jetzt, jetzt wird's für euch verrunden, werden unsere Prinzenpaare die Kussfreiheit eröffnet, eine rege Teilnahme, bitte nicht mehr aus in dieser Art und Weise, auch immer. Ihr wisst, wie das geht, ja? Wir müssen nichts weiter tun, als 10 Sekunden haben. Nein, keine 10 Sekunden, ja, wir müssen nichts weiter tun, als so lange zu knutschen, dass ich bis 10 gezählt habe. So, los geht's, komm, keine Zeit verlieren! Und eins und zwei und drei und vier und fünf und sechs und sieben und acht und neun und... Und zehn! Damit erkläre ich die Kussfreiheit für eröffnet und auf die Kussfreiheit auf den heutigen Abend und auf euch ein Dreifach-Dollar-Nozzi-V! Öffnet! Nozzi-V! Nozzi-V! So, Becker und Kanz-Schnecken, lassen wir kommen jetzt zu dem Punkt, wo wir jeden einzelnen Gast hier begrüßen. Nein, natürlich nicht mehr begrüßen, nur die Vereine, also nur. Beginnen möchten wir standesgemäß mit dem Bürgermeister von Ölstnitz, Herr Hans Gutlich-Rechter. Herzlich willkommen, auch wenn er heute Abend nicht bei den E-Tlen sitzt. Einen Applaus für den Bürgermeister von Ölstnitz. Was natürlich nicht bedeuten soll, dass, wenn der Bürgermeister am Tisch des Vereines Jenseits des Viaductes da rum sitzt, also das hat nichts Gutes und nichts Schlechtes zu bedeuten. Liebe Freunde an Ölstnitz, herzlich willkommen mit Ölstnitz! Ölstnitz! Wo war es denn? Ölstnitz! 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 So, aus Gerstdorf sind Sie auch mit da, wenn ich das richtig im Kopf habe. Herzlich willkommen, liebe Gerstdorfer, mit einem Dreifach-Dollar-Noz-GFK! Ölstnitz! GFK! Ölstnitz! GFK! Ölstnitz! Und wenn natürlich, wenn natürlich der N-C-V sein Prinzenpaar mitgebracht hat, vermute ich, dass Sie selbst mit da sind, der N-C-V. Herzlich willkommen mit Eurem Schlachtruf, einem Dreifach-Dollar-Noz-GFK! Ja! N-C-V! Ja! N-C-V! Ja! 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 Nächster, wo du noch spielen möchtest, in Zukunft! So, wen haben wir noch? Ich habe Vertreter gesehen von der Karnevalsvereinigung Stolberg. Ich glaube, die Stolberger sind da, die Kreisständer. Herzlich willkommen mit Stolberg! Ja! Stolberg! Ja! Stolberg! Ja! 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 Auch die Gemeinde mit Flughafen ist heute Abend zu uns gekommen, die Jansdorfer. Herzlich willkommen mit Eurem Schlachtruf, einem Dreifach-Dollar-Noz-GFK! Ja! Ja! So, auch aus Hermsdorfer sind Sie da, möchten jedenfalls da sein, weil Sie haben ja die Wertlis uns in den Mic mitgeschickt. Ja! Hermsdorfer, wo seid ihr? So, und mit Eurem Schlachtruf habe ich immer noch ein Problem, ich komme gerade mal runter. Moment. Ich lasse nicht das Spiel auf! Wenn Sie die Machen sind, ja! Liebe Freunde, da ist es noch, dass ich mich momentan hier an den Riffen sitze. Aber dann sollt ihr ein 3.000 T? 3.000 T? 3.000 T? 3.000 T? 3.000 T? Was kann ich? Herzlich willkommen, liebe Freunde, aus Hohndorf mit einem Dreifach-Dollar-Noz-HTV! Hohndorf! HHTV! So, habt ihr jetzt noch einen vergessen? Nein, äh, er soll sich ins Weltkulte-Bögen streichen. Gut, alles klar, liebe Freunde, haben wir das Durchhalt-Einhaber noch vergessen. Eine relativ hohe Persönlichkeit, die heute hier im Kognito ist, deshalb, ähm, wollen wir Ihnen auch vorstellen, der Präsident- oder Vizepräsident vom FC Herz-Bögen-Auge ist da, der Herr Reh und hat, er will bestimmt überprüfen, was letzten Samstag seine Jungs hier getreten hatten, aber wir sagen nix, wir sagen nix, so liebe Freunde, es ist an der Zeit, hakt euch unter, denn jetzt wird erst mal anständig geschunkelt. Und wenn das Wasser im Wein holt, Herr Reine, ja, dann wünschte ich so gern ein Tisch, ein Zwei, ein Zwei, 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 eins, so man steht's besser aus. Eins, zwei, zu fahr'n, ganz so mancher warme Mann. Eins, zwei, zu fahr'n, gezeigt, was jeder Mann sagen kann. Schon früh am Morgen klickt der Mann, so schön am Abendmahl, hört er aus. So schön ist es, wohnt neu raus. Kein Bier, hau' mal weit, es gibt kein Bier. Und fahr'n wir nicht nachher heim und bleib'n wir hier. Es ist so weit, am Morgen kein Kühler fängt. Und so kommt Kula-Ula in der Kosti-Spläck. Bier, 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 ist die Seele vom Klavier. Bier, 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 ohne Bier spielt kein Klavier. Und wenn das Bier durch die Kehle fängt, mein Leben spielt das Ding noch mal zu kurz. Einmal Sieg, einmal Hott. Darum ist das Bier, die Seele vom Klavier. Das hat Spaß, das bringt Glück. Links, rechts, fuhr, zurück, was ist der ganze Trick. Links, rechts, fuhr, zurück, was macht Spaß, das bringt Glück. Links, rechts, fuhr, zurück, was ist der ganze Trick. Ja, höh! So, liebe Freunde, erhebt eure, ich hätte fast ein Träser gesagt, erhebt eure Becher. Stoßt an mit uns auf diesen wundervollen Abend unter dem Motto bist du dümmer wie ein Schwein, dann zieh Pfein mit Power ein. Zwo, drei, vier, FUHA! Ich bitte nun das Ölstitzer Prinzenfahrer auf den Ihnen zustehenden Thron und die Prinzenfahrer aus Ernstdorf und aus Neubelschnitt bitte wieder zu eurem Getreue. Und der Elferrat wird natürlich auch die Gelegenheit beim Schopfen machen und sich endlich hier unten hinsetzen. Das lange Stehen macht die Herren ja schon etwas verrückt. Ja! So, gut, das hinkt schon mal schneller, aber es muss ja auch nicht sein. Wir haben ja alle Zeit der Welt. Vielen Dank.